Man lässt sich mal verpieseln. Es ist hinter dir! Wie ist es? Ah, zu den Arsch essen! Oh nein, oh Gott. Achtung an alle vor dem Video. Lachkick garantiert. Liebe ist, wenn ihr zwei zusammen Roblox spielt. Ja dann, äh, gibt's halt noch eine Folge. Viel Spaß! Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Am 7.12. von 19 bis 22 Uhr gibt es den letzten Kongstar Rewindstream diesen Jahres. Zusammen mit Vaso, Vlesk und Papo und tollen Gästen. Es werden tolle Games gezockt und unter anderem gibt es auch wieder ein sehr, sehr tolles Quiz von Vlesk, bei dem ich auch mal dabei war. Das erste Tomb Raider. Ja, danke. Und ihr könnt zudem noch tolle Preise gewinnen. Schaut gerne bei KongstarGaming.de vorbei, unten in der Beschreibung der Link, da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Außerdem brauchen wir euch live im Chat, denn ihr habt die Möglichkeit, die besten Clips des Jahres uns einzusenden. Deswegen seid auf jeden Fall live dabei im Chat. Das Streamteam von Kongstar würde sich sehr freuen. Und natürlich die tollen Preise, die ihr gewinnen könnt. Und dann lasst uns doch zusammen mit Kongstar einen wunderschönen Jahresabschluss zusammen machen. So Leute, es ist wieder soweit. Ich habe Maxify wieder zu etwas gezwungen, das ihr wolltet. Wie fühlt es sich an, Maxi? Yay, dankeschön. Und zwar heißt dieses Spiel, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Pyrophobia. Wir müssen in einem Krankenhaus überleben, mehr weiß ich nicht. Ich hoffe, Maxi, du verzeihst uns das. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Es war schon... Nein, das stand... Egal, lass mir die auch drin. Egal. Nein, das war so schwer. Der hätte es direkt zumachen müssen. Der hätte es dir, glaube ich, zumachen müssen. Action. Action. Okay, wir haben irgendwas gedreht. Oh, wir sind jetzt im Backroom. Oh Mann. Leute, ist das euer Ernst? Okay. Hallo. Ja, okay, ich bin da. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Mir geht es auch irgendwie total schlecht. Okay, perfekt. Oh, um Gottes Willen. Knut, das war da nur... Was war da? Wollen wir nicht zu zweit einfach rumlaufen ohne die? Doch, aber ich glaube... Oh, oh. Oh, lauf, lauf, lauf. Maxi, lauf. Lauf. Maxi, lauf hinterher. Warum ist das so laut? Oh mein Gott. Knut, ich glaube, dass wir nicht essen, weil du Pommes bist. Lauf. Nein, echt, läuft es hinterher. Maxi, bist du tot? Oh mein Gott. Ist das ein Pain. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich bin jetzt voll. Ah, ich auch, ich auch. Luna, spiel mal keinen Spaß. Ah, ich bin tot. Ich habe gehört, wie du gegessen wurdest. Was zur Hölle ist das? Das ist ja voll schwer. Da läuft gerade ein Gegner vorbei an mir. Ja, ich glaube, der hat mich gerade gesehen. Der ist Moor. Ah, wir müssen einfach nur entkommen. Wir müssen den Ausgang machen. Oh, Mann. Das Spiel ist kacke. Ich warte hier mal auf dich, Maxi. Oh nein, ich bin tot. Okay, ich lasse mich kurz essen, Maxi, ja? Nee, ich bin auch gerade gestorben. Wenn ich mich gegessen lassen habe, dann lass uns auf jeden Fall zusammenbleiben. Ich bin es gespawnt. Du auch? Ja, hier. Ja. Okay, guck, drei Ausgänge. Wir müssen die finden. Das schaffen wir. Komm. Die anderen sind schon gekommen, ne? Echt jetzt? Ja. Oh, da vorne ist. Vielleicht ist da irgendwas. Backrooms sind halt im Prinzip einfach Räume, aus denen du nie wieder entkommst eigentlich. Das ist ein richtiges Labyrinth. Oh, Maxi. Oskar? Das war's mit der Folge. Let's go. Hier ist irgendwas Besonderes. Wir sind hier schon mal richtig. Ich glaube, das ist schon mal gut. Wir müssen... Hier ist ein Anfall. Oh. Oh, sorry. Alles okay bei dir? Hast du das nicht gesehen? Oh. Oh, sorry. Oh, Maxi, wir haben es geschafft. Ja, Mann, ja. Oh, lass mich da rein. Ich komm da nicht rein, Maxi. Ich bin zu fett. Ist halt doof, wenn man Pommes... Oh, guck mal, da sind die anderen. Das ist nicht wahr. Es gibt keinen Echsel. Hey, guck mal, die anderen sind auch da. Haben es jetzt durch uns auch geschafft. Die hat gewartet. Oh, die hat gewartet. Oh, süß. Ist das lieb. Ja, also... Kann man hier einen Namen geben? Ich würde sie Clara gerne nennen. Einfach Clara. Sie? Ja. Ja. Ich kann halt nicht... Ich kann an dir nicht vorbeigucken. Weil deine Pommes-Verdecker halt einfach... Den ganzen... Aber dann lauf du. Als erstes, die lauf hinter dir. Sehe den sexy Ass von deinem Koala. Nee, ich gehe auf keinen Fall als erstes raus, Alter. Oh, Gott. Ich dachte, wir haben es schon geschafft. Nein, das gibt ja voll viele Backrooms. Das Backroom ist ja voll groß. Hier ist ein Zettel. Was geht da? Wir müssen ein Rad drehen. Okay. Hier ist das Rad. Was? Wo? Echt? Oh, nice. Ja. Oder? Ah ja, das müssen wir drehen. Ich dreh's Rad. Okay, ich habe eins gedreht. Ah! Was? 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 Was ist los, Maxi? Ich sehe nichts. Was ist los? Oh Gott, okay. Okay. Ah, ah, Maxi! Ah! Wo ist es? Es ist voll groß! Es ist weg! Es ist hinter dir! Alles gut, es läuft hier hinterher. Aber wie? Es läuft nur mir hinterher. Oh nein. Es hat mich noch nicht. Ah, es hat mich scheiße! Okay, ich bin auch tot. Warte, ich komme mal an den Anfang. Ja, alles gut. Ich warte hier am Anfang. Respawn. Wir haben ja nur zwei Leben. Wir sollten bei dieser Clara bleiben. Ich glaube, die regelt das für uns, oder? Oh, hallo. Also, ich habe schon zwei gemacht. Das links am, oder? Ja. Das Wasser ist halt kacke, ne? Das macht uns voll langsam. War unangenehm, dieses Rumgetropfe auch. Mhm. Da muss ich gleich selber pinken. Aber glaubst du, Ufo-Girl... Oh, was ist denn... Die schon. Oh, die ist doch bei uns! Oh, das ist süß! Oh, Ufo-Girl! Kannst du mal oben... Guck mal, die schreibt die ganze Zeit was. Siehst du diese Nachrichten da oben? Wie kommen wir denn da hin? Es kommt zu mir. Es kommt zu mir. Ja, es ist für mich. Hier oben ist wieder die Farbe. Da müssen wir hin, Maxi. Hier, hier, hier. Das ist der richtige Weg. Sicher? Ja. Die Farbe sagt uns immer, dass wir korrekt sind. Wir müssen ja diese Dinger aufdrehen. Hier ist doch noch was. Hä, guck mal. Hier ist grün! Ah, ich hab... Oh nein, da ist es. Scheiße, weil ich hab nämlich einen... Oh nein, das hat mich gesehen. Da hinten... Lauf, 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 lauf! Da hinten ist nämlich ein Ding, ein Rad zum Drehen. Da müssen wir eigentlich hin, aber das Monster läuft jetzt hinterher. Das war gut. Wir müssen da hin, wo der Lärm herkommt, glaube ich. Ja, da bin ich auch! Mach es mir doch, Maxi! Nein! Ich hab nur noch ein Leben. You're dead. Oh nein! Nein, ich war gerade bei dir, Maxi! Nein, oh Gott, ich bin bei dir! Du hast es reingeschafft! Du bist ja nicht vorbeigelaufen! Oh Gott! Okay, wenn du taust ganz runter... ...und dann in eine Richtung tauchen, weil dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch. Ich will raus, ich will raus! So, jetzt, was? Bist du bereit? Okay. Drei, zwei, eins, hopps! Und dann drehen ein bisschen. Und einfach runter. Ich bin so langsam! Drück weh dabei und guck runter. Mach ich, ja? Ist aber so lahmarschig. Vielleicht hast du, kommst du, glaube ich, aber schneller raus. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's, glaube ich, oder? Wo bin ich? Ich sehe nur noch dunkel jetzt. Oh, ich hab's geschafft! Hä? Was hast du jetzt gemacht? Ja, wir haben's geschafft! Man muss einfach weiterschwimmen! Yeah! Willst du da runterspringen? Soll ich für dich... Äh, klar doch! Ja, sicher! Ja, uh, 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 uh! Hä? Hä? Oh, what? Oh Gott, Hilfe! Voll ins Loch rein. Jess ist vorbei. Schnell vor. Vor allem Ufo ist weg, ne? Okay. Jetzt kann es sein, dass diese dummen Dinger kommen. Was steht hier? Warte, ich mach gerade Space zum Skippen. Und baue eine Mütze. Guck mal hier, wie süß! Ja! Cute! Oh, ich hab irgendwie Angst. Oh, meine Kamera flackert. Das sieht so sass aus. Oh, guck mal hier. Oh mein Gott, das ist ja wie bei Cube. Hä? Das ist wirklich wie Cube. Was zur Hölle? Äh, soll ich mal probieren? Wischen? Oh, es geht weiter. Ach, kann es sein, dass wir eben jedes Mal... Ach, jetzt sind wir da. Hä? Hä, und was jetzt... War das richtig? Ich glaube, es war richtig, ja. Was steht da? This way? Fragezeichen. Die clear. Oh, scheiße. Also, es liegt. Können wir auch Taschenlampe benutzen? Das ist ja eh nicht. Ja, stimmt. Ich stelle vor, du bist blind. Da vorne, da vorne. Oh, Gott. Kannst du es ruhig angucken, Nu? Ich wollte nicht diesen Ass... Oh. Hallo? Oh mein Gott. Look at that booty. Okay, da steht... I need to activate all the buttons behind the gate. Okay. Kann er bitte nochmal nach hinten laufen? Ich würde so gerne rennen oder hört er das sofort? Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist es wieder schön jung. Nu, ich habe hier Bienehose. Ich habe es gesehen. Ich habe hier Bienehose. Und wir haben ja auch super easy eingestellt, ne? Sonst wären wir jetzt direkt schon tot. Ich glaube auch. Hä, das wäre easy. Das war voll schwer schon, fand ich. Ja. Aber ich glaube, wenn er ins Reingang wäre, wären wir auch tot gewesen. Hier. Irgendwo ein Hund und ein Schlüssel. Tschüss, Stimme. Ah, irgendwo. Wie übernehme ich das? Hör auf jetzt. Er geht immer in mich rein. Ja. Du, er kommt. Wie kannst du aufmachen? Maxi, du schaust komplett raus aus diesem Kackspitz und hast die Hände oben und machst so, wuuuuh. Wuuuuh, trau dich doch. Oh mein Gott. Holy shit. Oh mein Gott, mein Herz. Oh, ich habe ihn. Die anderen Beine habe ich auch gemacht. Bist du sicher? Wohin? Weiß ich nicht. In den Schrank? Oh mein Gott, war das laut. Okay. Also, ich glaube, da steht alles auf dem Kopf hier scheinbar. Da hinten ist so ein rotes... Also, ich glaube, vielleicht können wir es jetzt echt da... Ja. Oh, was hast du nicht angesagt damit? Was denn? Simulation Core. Ach so, habe ich. Ja, wir mögen ihn nicht. Boom. Yay. Okay, das war auf jeden Fall da hinten. Es ist jetzt bei Anfangs zu, glaube ich. Ja, müssen wir uns beeilen, oder? Gut gemacht, Maxi. Ich renne jetzt. Wo ist er? Hört er mich? Oh, doch, er kommt. Ja, die Tür ist auf. Ich bin durch. Du musst auch kommen, Maxi. Nein, ich habe es so schwer. Ich muss an ihm vorbeikommen. Komm, Maxi, du schaffst es. Ja, er ist genau vor mir gerade. Ich dachte, er würde mich fressen. Er ist so schnell an mich zugegangen. Ich habe mir in die Hose gemacht wieder. Nein. Ich habe jetzt auch noch Kaka drin. Ihr pfeift die ganze Zeit, was? Er geht die ganze Zeit hin und her. Ich kann nur mit Meta gehen. Oh ja, ich höre dich, Maxi. Ja. Ja. We did it. Ist es jetzt ein SCP-Containment-Bridge-Stairs, oder? Oh Gott. Also mit Springer ist es schneller. Oh, ja, aber es wird dann dunkel, ne? Siehst du es? Bei dir auch dunkel. Exit? Ja. Haben wir es geschafft? Ja, Leute. Das war es mal von dem Part. Ich glaube, wir sind jetzt in Level 5 oder 6. Es gibt noch vier Level, aber wir machen hier mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da bin ich ein Abo, würde ich mich auf freuen und checkt Maxi ab, der sich das hier angetan hat für euch. Ja. Es gibt eigentlich fünf Levels in Backrooms. Roblox meinte, wir das übertreiben, aber ich habe genug. Wir bleiben hier, Maxi. Wir leben jetzt für immer. Such dir dein Zimmer aus. Ah, okay. Gut. Du stehst hier bei mir. Oh. Oh, ich habe nur eine Wand angeguckt, die schwarz ist. Deswegen such dir hier ein Zimmer aus und dann bleiben wir hier für den Rest unseres Lebens. Ist doch gut, oder? Wintergier. Ja, aber. Ja. 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 Ja, ja.